Eugen Damm ist ein deutscher Schauspieler und Pfälzer Mundartdichter. Damm war Gründer und bis 2004 Leiter des Lauterer Altstadttheaters in Kaiserslautern. Er ist bzw. war freier Mitarbeiter des Saarländischer Rundfunks des Südwestrundfunk und von Radio RPR. Er ist mehrfacher Preisträger beim Bockenheimer Mundartdichter Wettstreit. Werke, die Pelzer R Dreifaltigkeit, Mundgerechte Spezialitäten, Gondrom, Kaiserslautern 1988. ISBN 3.888.745.098 EES, ein Volksstück in vier Aufzügen in Pfälzischer Mundartdichter 1991. D. Diebeschisser, Gondrom, Kaiserslautern 1994 ISBN 3.888.745.187